Jo, da sind wir wieder. Köln ist der nächste Gegner und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 28. Jo, Sperre abgelaufen, denn die Latzer darf wieder spielen an so einer gelben Karte. Darf ich also die Elf wieder ein bisschen durchwürfeln und das werde ich jetzt auch tun. So, Polinio, Hazard. Ich probiere es jetzt mal mit der Costa auf der Innenverteidiger-Position. Noch ein neuer mal dabei. Wieder. Dann nehme ich Agwoguma raus und bringe mal Becca, damit wir halt nämlich eine Alternative auf der rechten Seite haben. Und damit passt das auch wieder. So. Jo, wie gesagt, nächstes Jahr ist der erste FC Köln und das zählen wir uns jetzt an. In der letzten Folge sind wir weitergekommen gegen SV Werner. Jetzt sind wir im Pokal-Halbfinale mittlerweile. Gucken wir mal gerade 1,3 Millionen, die wir noch zusätzlich verdient haben. Leucht! So, gehen wir rein ins Match. Polinio darf von Beginn, oder will von Beginn anspielen. Das darf er doch. Na dann, auf geht's ins Match. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Die Erwartungen sind groß vor dieser Partie und das spürt man auch an der Atmosphäre. Alle fiebeln sie hier dem Anpfiff entgegen. Wir freuen uns auf 1. FC Köln gegen Schalke 04. So, Rhein-Energie-Stadion aus dem Verschneit. Spieltag Nummer 20. Klasse Defensivleistung zuletzt. Bei den Gästen, also da sind sie bislang richtig stark. Und entsprechend selbstbewusst gehen sie hier auch in diese Partie. Das sind natürlich beste Voraussetzungen. So, auf geht's gleich ins Match. Und mit dem 15. Gegen Bremen am Rücken wollen wir natürlich hier weiterlaufen. Wieder viel vieler als eins nur. Hat aber in der kleinen Rechnung noch offen. Und die versuchen wir heute zu begleichen. Arnold. Hazard. Was ist der, so ein erstes Bundesligator? Bundesligator hat er zumindest mal die Chance, setzt sich nämlich durch gegen Korea. Hazard, oh da ist es. Ja, da hat er sich einmal durchsetzen können, der Hausten und er braucht den Ball nur noch rein zu schlinzen. Ja, das war kein Glattstück der Abwehr. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Hat er schön gemacht. Zwei, drei Mann stehen, einfach laufen lassen oder nach uns lange Hektra 1.0 oder 0.1. Nach, ich glaube, fünf, sechs Minuten, das ist mehr was, ich denke mal, so ein Dreherum wird es gewesen sein. Ich habe jetzt mich nicht genau auf die Minutenanzeige geguckt. Jetzt war der fünften. Habe ich sogar gut geschätzt. Wie gesagt, ich habe mich nicht auf die Anzeige geguckt, auf die Minutenanzeige. Aber passt. Früh ist 1.0. Die Nummer 7. Eden Asser. Also wie gesagt, der ist das Bundesliga-Tor. Götze, okay. Den lässt er jetzt mal. Da will ich die Schaltere auf der Abwehr noch mal ein bisschen. Müssen halt aussehen. Lassen aber diesmal Pazis. Haft, Traat, ey. Kein Foul. Nein, 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 nein. Ich war ganz fairer Ball gespielt. Super Aktion. Das ist die Ballerobo. Unwiderstehling. Und nun Götze. Na, kurz raus. Jakob, der mit dabei der Monaco spielt. Ball gewinnen hätte gefährlich werden können. Oh, das war wichtig, weil der beide sind nach vorne durchgehen können. Damit bleibt wie Kölner mal bei Besitz. WD. Ganz gefährlich, aber passt. Halter. Zu einfache Fallverluste momentan. Na, der kommt nicht an. Der aber schon. Und das müsste eine Karte geben. Und es gibt vielleicht Rot, aber trotzdem gar nicht so. Ich hätte eigentlich jetzt gedacht, dass es da ein Minimum eine Karte gibt für. Weil es war schon ein Foul. Schade. Das ist ein Foul. Das ist ein Foul. Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Weiter gefährlich. Ja, die zwei. Die müssen mich aufpassen. Nur man geht so eine Grätschau mal schief und man geht so ein Elfmeter für die Kölner. Und die Kölner haben schon ganz, wie gesagt, der Mensch, die schon nach zwei zu drücken abgenommen. Und genau das will ich heute verhindern. Deswegen. Ah, kein Absatz. Absatz Spakou. Äh, kurz Spakou. Der Kosta. 33. Minute nach diesem frühen Hazard-Dor noch nichts wirklich weiter zähbares passiert. Gott sei Dank noch nichts passiert. So richtig glücklich sehen da einige Spieler nicht aus, dass sie bei diesen Bedingungen hier auflaufen müssen. Ja, wir sind wunderts. Aber du bist so durch jetzt Burkhardt. Sie probiert es mal mit Burkhardt statt der Alario. Und jetzt hat er noch Pärz und es fast identisch in der 012 und die Burkhardt. Einfach natürlich zusätzlich selbstvertrauen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er den Ebener reinweise stehen lässt. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das gehofft. So, auf jeden Fall 0,2 erstmal. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Wichtig, was sie wichtig auf jeden Fall. Also jetzt hat er genauso den Platz wie beim 0,1. Aber diesmal kann er sich nutzen. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. So, Ecke kommt. Savage. Und damit ist Pause. 45 Minuten sind Rom besteht 2 zu 0. Auf keinen Fall ein Grund jetzt schon. So, Halbzeit und so. Gehen wir rein in die zweite, ne? Schalke kann zufrieden sein. Zumindest auch mit der 2.0 Führung. Soll aus Sicht von Königsblau natürlich auch so weitergehen. Richter. Schalke jetzt über außen. Ja, bis zum Platz ist ja mal. Und Platte. Ja, da hat man Platz. Wieder der Kiefer. Oh, ich hätte der Keeper, der hält echt zwei, drei Dinger, der hält drei nach und nach. Nächster Versuch, wie da David. Das könnte. Die Kopfballschance ist schlecht. Nee, gibt's keine Ecklöcke. Genau im richtigen Moment zu. Und dann kannst du den Ball gar nicht besser aufs Tor bringen. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja ein Jetzt hat Richter mal ein bisschen Platz. Der hat Tempo, Richter, 0-3. Viel zu viel Platz. Da hält der Keeper die Kölner im Spiel mit dem 0-2, nach dem 0-2 und ja, und dann passiert genau das. 0-3. Einmal kurz den Abwehrspieler ausgeworfen, zack, zack, zack. Bockert. Hazard. Ich nehm den Einwurfer mit. Ja, da kurz. Ballerien. So, jetzt gibt's irgendwas. Nichts. Klar, wieder keine Kater. Der Torhüter dirigiert seine Mauer. Das könnte jetzt gefährlich werden. Ja, ich krieg die Freistoße gerade bei FIFA nicht so hin, wie sie gerne hätte. Ja, kommt nicht durch. Kommt nicht vorbei, vor allen Dingen. Guter Weitenwechsel auf der Spodorf, der macht den Götze. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, aber der Schiri deutet dann weiterspielen. Kein gutes Ding hier, Richter von der Seite, Horn, kommen nicht wirklich hinterher. Ach. Erstmal rausgefauscht sind. Ach. Da passt er auf, Ball geklärt. In der Bayer-Arena hat sich was getan, es ist ein Tor gefallen, wir geben kurz rüber ins Studium. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Neuer Spielstand damit also 3 zu 0. Gespielt sind hier 71 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Keinerseits. Schießt euch, der Satt auch nicht. Paulinho nach mal. Daniel Latza. Latza. Gibt es die? Ganz klar war ein harmloser Ball und der Trainer ist stinksamer. So, jetzt gibt es den nächsten Wechsel. Oder es gibt Wechsel. So, jetzt wechseln wir dreimal durch. So, Dreifachwechsel bei uns. Ja, der kann jetzt gegen zwei Mann und kann er sich durchsetzen, Marco Richter. Boah, wieder nicht. Also der Kiefer hält es ein bisschen im Spiel. Sagen wir mal so. Aber ich denke mal drei Tore in acht Minuten, das ist fast nicht möglich. Aus dieser Partie, der Spielstand ist eindeutig und so warten hier beide Mannschaften auf den Abpfiff. Die Chance jetzt vielleicht zum Porter. Großes. Lücke ist da. Fast ein Tor. 4 zu 0. Und deswegen ist er angewächtet worden, weil er genau so ist, er kann. Ja, jetzt haben sie den Ball verloren. Ah, schön, da ist es richtig gegangen. Da kommt die Tafel, zwei Minuten nachsagen. Maximilian Armut. Ja, und dann ist Feuern. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Und hat gesehen, was sie drauf haben, schlicht und denkbar. Überzeugt. So, damit sind wir durch mit dem nächsten Sieg. So, und dann ist hier auch schon wieder Feierabend und mal gucken, was gerade genau, Coutinho und Paulinho wollen beide ein bisschen was für die Kapitänsrolle. So, das war aber nicht Zufall, dass ich jetzt gerade so, dann bringe ich die letzte zumindest mal als Kapitän. Weil der kann halt eigentlich relativ gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Ich weiß noch gerade nicht wie gegen wen. Sehen wir dann. Bis dahin. Und tschüss. Bis dahin.